Hallo zusammen, nächste Programmvorschau. Ja, das hier ist eigentlich das Highlight, kommt aber ganz am Schluss. Geht auch um über 20 Minuten, ist aber wirklich bärenstark. Es sind natürlich noch andere wichtige Infos und Beiträge dabei. Heißt, könnt ihr natürlich wieder gucken, schauen, hören bei VK, bei Bitschuh, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.